In diesem Video geht es um die besten Handdampfreiniger. Der Qualitätssieger in unserem Handdampfreinigertest geht an den Bissl 1558 N. Der Bissl Spot Clean Pro ist der stärkste tragbarer Fleckenreiniger, der eine professionelle Reinigung ermöglicht. Dieser kleine, aber effektive Teppichreiniger verfügt über starke Saugwirkung zur Entfernung von Flecken und hartnäckigen Verschmutzungen. Der Bissl Spot Clean Pro ermöglicht eine einfache Beseitigung von Flecken und hartnäckigem Schmutz auf Teppichen, Polstern, Treppen, Teppichböden, Autoinnenräumen und vielem mehr. Die Kombination von starker Saugleistung und Bürstfunktion mit dem großen 15 cm breiten oder dem 8 cm breiten Aufsatz ermöglicht eine professionelle Reinigung zur Entfernung von hartnäckigen Flecken, schweren Verschmutzungen, eingebettetem Schmutz und mehr. Bissl Spot Clean Pro wird mit einer Wash & Protect Pro Reinigungsmittelprobe für optimale Ergebnisse bei der Entfernung von Flecken und Verschmutzungen geliefert. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Kärcher SC1. Der kompakte Kärcher 2 in 1 Dampfmob SC1 Easy Fix mit Bodenreinigungsset ist im ganzen Haushalt universell einsetzbar und reinigt absolut chemiefrei. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,99% aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Dank seiner kompakten Abmessungen ist das Gerät prädestiniert für die schnelle, gründliche Reinigung zwischendurch. Anschließend kann es ohne großen Platzbedarf direkt am Einsatzort verstaut werden. Ob Armaturen, Fliesen, Kochfelder, Dunstabzugshauben oder kleinste Ritzen und Nischen kraftvoller Dampf und das umfangreiche Zubehörprogramm sorgen für einwandfreie Sauberkeit. Das Bodenreinigungs-Set Easy Fix macht den praktischen Handdampfreiniger im Handumdrehen fit für die Bodenreinigung. Hartnäckige Verschmutzungen und Fettablagerungen sind im Nu beseitigt. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Handdampfreiniger-Test ist der Bissl 2635J. Leistungsstarker, tragbarer Hochdruckdampfreiniger zur Entfernung von hartnäckigem, festsitzendem Schmutz von vielen verschiedenen Oberflächen rund um ihr Zuhauseküche, Badezimmer und vieles mehr. Der Steamshot von Bissl bietet Ihnen eine chemiefreie Tiefenreinigung, bei der nur Leitungswasser mit der Kraft von Dampf in einem Handgerät verwendet wird. Die Reinigungszeit beträgt 15 Minuten. Mit dem manuellen Dampfauslöser steht Dampf zur Verfügung. Der Bissl Steamshot ist ein tragbarer Mehrzweckdampfreiniger, der zur Reinigung fast aller Arten von Oberflächen in Küche, Bad, Toilette und so weiter verwendet werden kann. Der Steamshot von Bissl bietet Ihnen eine chemikalienfreie Tiefenreinigung, bei der nur Leitungswasser mit der Kraft von Dampf in einem Handgerät verwendet wird. Im Lieferumfang enthalten sind Einfüllbecher, Verlängerungsschlauch, Detailbürste, Kit mit drei farbcodierten Würsten, Winkelaufsatz, Fensterabzieher, flachem Pad, Flachkratzaufsatz, zwei Mikrofaserreinigungstücher, Zubehördüse für eine gründliche Reinigung rund um ihr Haus. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.